Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute vor euch im Test die Superböller 2 von Veko Feuerwerk aus dem Jackpot Sortiment Superböller 2 mit Turbo Knallen. Die NAM pro Packung beträgt ca. 8 Gramm. Das macht also 2 Gramm pro Superböller 2. So viele wie auch übrigens in D-Böller drin ist. So sieht einer aus. NAM steht jetzt hier auf dem Einzelnen nicht drauf. Auf jeden Fall Tonerde vorne, wie üblich. Auf jeden Fall aber steinhart, auch in der Mitte. Hier wird der weicher. Und hier sieht man wie viel Luft da auch zwischen ist. Fast keine Wandung. Ich komme mit dem Finger bis ganz am Ende. Und ja, da rieseln auch schon die Turnier daraus. Und dann würde ich sagen, wir geben den Teilen einfach mal eine Chance. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Zündung. Bis gleich. Superböller 2 von Veko. Das war's. Das war's.